Naja, eigentlich sollst du ja Schreibschrift lernen. Das steht auch drauf. Sag mal, wie sitzt denn du hier? Entschuldigung. Richtig im Sitzen. Wir sind in der Schule. So, also, wir haben hier Nomen und Umwandeln in Verben. Das machen wir jetzt. Trommeln. Komm, klein wird das T geschrieben. Trommeln. Trommeln. Mit zwei M, ne? M, mel. M, mel. Genau. Dann haben wir Wurf. Werfen. Werfen. Luf, loben. Nein, 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 du hast das mit L geschrieben. Werfen. Wurf, werfen. Wird das mit L geschrieben? Werfen. Na, überleg mal. Nein, das wird mit E, R geschrieben. Werfen. Ne? Genau, schreibt das rüber. Lob, loben. Lob, loben. Kü, kü, sen. Aber kein Schaumkuss. Immer klein schreiben jetzt. Denk da ein Traum. Jetzt wird klein geschrieben. Das ist wichtig, weil das Verben sind. Sonst ist das ja... Ich bin aufgeschraubt. ...ist das ja nicht richtig. So, jetzt. Ja. Trommeln. Nee. Na, da hast du aber was vergessen. Du hast Trämen geschrieben. Was hast du vergessen? Oh. Das U. Schön vernünftig, ne? Leben. Ja, Leben. Was ist Leben? Leben? Leben. Leben heißt Leben. Klein aber. Kannst du auch noch mal nachkontrollieren, ne? Ben. Futter. Heißt? Futter. Nee. Futter heißt, was machen wir mit dem Katzen? Füttern. Füttern, genau. Klein. Genau, immer klein. Und Zweiten. Lenkung. Lenken. Ja. Lenken. Ken. Dusche, duschen. Ja. Klein. Klein. Das sind Verben. Ich hab doch klein geschrieben. Ich wollte doch klein schreiben. Manchmal sieht man das aber nicht bei lenken, ob das jetzt ein kleines K ist oder ein großes K. Mir sieht das aus wie ein großes K, weil ein kleines K wird anders geschrieben bei lenken. Ein kleines K wird anders geschrieben. Guck mal da hin, wie das geschrieben wird. Oh. Das ist ein großes K, was du da reingesetzt hast. Hm. Da musst du schon ein bisschen aufpassen. Jetzt? Nee. Da ist doch auch so ein langer Strich dran. Länger als beim großen K. So, hier. Dann mach hier so ein Bogen. Ach, ich werde lächeln, wenn du riechst. Wenn du dann vor den Schirren stehst, ist doch dein Herz noch schwer verlebt. Nein, ich werde dran. Das ist laut. Hm, das stimmt. Bohre. Bohre. Die machen wohl alle keine Hausaufgaben. Bohre, ne? Mhm. Ha, bohre. Genau. So, jetzt kannst du nochmal nachkontrollieren, ob auch alles richtig ist, auch richtig geschrieben ist. Guck mal jetzt, ne? Okay, planen kann nur richtig sein. Trommeln. Kann es auch richtig. Werfen. Werfen, ne? Ja. Siehst du, jetzt kannst du es selber nicht lesen. Auch richtig. Da musst du aufpassen. Wenn der Lehrer das nicht lesen kann, dann sagt der nachher, das ist falsch. Loben. Das wird auch klein geschrieben, das kleine L. Ah. Wie wird das kleine L geschrieben? Hm. Na gut, in Schreibschrift würde es anders schreiben. Aber das ist richtig. Küssen? Das auch klein geschrieben nicht. Doch, das ist. Ne, das ist ein großes K für mich. Oh, okay, okay. So, das ist jetzt ein kleines K. Das ist aber Schreibschrift. Ja, das ist egal. Hauptsache, Hasi, die Verben werden klein geschrieben. Darum heißt es ja so. Träumen. Und die Nomen groß. Träumen ist auch richtig. Sonst brauchen wir das nicht machen. Leben ist auch richtig. Füttern. Füttern ist auch richtig. Lenken. Lenken ist auch richtig. Ja. Duschen ist auch richtig. Ja. Und Borre ist auch richtig. So, jetzt kannst du was lesen. Super gemacht. Eins. So. Jetzt kannst du was lesen. Ja? Mhm. Okay? Mhm. Dann lies mal was. Was denn? In deine, äh, ich denke mal in, äh, Fibel, wollte schon Fibel sagen. In, in dein Lesebuch. Ein bisschen lesen. Ich hör dir gleich zu, ja? Ja? Mal gucken. Ich muss mal gucken.